Hallo Junos, 0-0 in Wolfsburg ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene? Ja, ich denke, man kann schon sagen, dass es ein gewonnener Punkt ist. Es war natürlich in der einen oder anderen Situation vielleicht mehr drin gewesen, vor allem am Ende der ersten Halbzeit und am Anfang der zweiten Halbzeit, wo man gute Kontergelegenheiten hatte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Frische hätte man das Beste ausgespielt, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung. Du hast die Szene angesprungen kurz vor der Pause. Was war da los? Wie hast du es gesehen, die Pause? Ja, ich bin einen Vollsprint über den Platz gesprintet, dann rausgelegt auf Guy Thorn und laufe dann durch auf den ersten Faust, eher mit einem flachen Ball, wo ich den nur noch reinschieben muss eigentlich. Dann ist der Ball ein bisschen höher gekommen als geplant und hab den leider nicht mehr getroffen. Und wie gesagt, das war eine von vielen Situationen, wo wir es besser ausspielen hätten müssen.